moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video in lost ark und zwar sind wir immer noch auf der insel der ruhe und starten jetzt unsere zweite abenteuer quest hier auf dieser insel eine traurige geschichte so heißt sie das habt ihr bestimmt auch schon aus dem titel erfahren falls ihr die erste folge noch nicht gepasst weil er die erste folge verpasst habt die wird ein video hier vor auf jeden fall hochgeladen sein und ich würde sagen wir springen einfach rein der zwerg sieht übrigens aus wie der zwerg den wir kennen ich habe den namen vergessen weil der aus judea ich glaube da irgendwo das muss ich ja auch sammeln ich muss voll sammeln der einholz noch so ist auf jeden fall sendet dass die hier ihre sachen freigeben und das ganze was quasi auch schon eine traurige geschichte hiermit abgeschlossen und ihr seht ihr bekommt wirklich gut materialien das war's für diese folge leute vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge wo es dann weitergeht mit der stein der macht ciao ciao